Sie hören, Wer Böses sieht, geschrieben von Daniela Arnold, gelesen von Lisa Boos, eine Produktion der Hörbuchmanufaktur Berlin. Prolog Die Dunkelheit im Zimmer fühlte sich schrecklich erdrückend an. Es war fast, als würde sie von ihr verschlungen, doch am schlimmsten fand sie, dass ihr die Schwärze der Nacht die Luft zum Atmen nahm. Sie verstand selbst nicht, wieso sie auf derartig seltsame Weise empfand, denn normalerweise hatte sie weder Probleme mit der Dunkelheit noch mit Panikattacken. Und dennoch. Jetzt, in genau diesem Augenblick, fühlte es sich an, als presse ihr jemand mit unnachgiebigem Druck seine Hand auf den Brustkorb, um zu verhindern, dass sie ihre Lungen mit Sauerstoff füllen konnte. Sie keuchte erstickt, schnappte angestrengt nach Luft. Dann drehte sie sich hektisch und mit hämmerndem Herzen auf die Seite, starrte auf das Display des batteriebetriebenen Weckers, das in der Dunkelheit in pink und violett leuchtete. Verwirrt runzelte sie die Stirn. Es war kurz nach ein Uhr morgens, was bedeutete, dass sie gerade einmal zwei Stunden geschlafen hatte. Wieso zum Teufel war sie aufgewacht? Normalerweise schlief sie tief und fest bis zum Morgen durch. Es musste einen Grund haben, weshalb sie nach so kurzer Zeit wieder wach geworden war. Sie schloss die Augen, konzentrierte sich auf die Stille um sich herum. Doch da war nichts. Kein Rascheln, kein leises Knirschen der Holzdielen im Gang. Es war absolut ruhig im Haus. Sie spürte, wie ihr der kalte Schweiß ausbrach, legte all ihre Konzentration in den Versuch, sich zu beruhigen. Gierig saugte sie durch die Nase Luft in ihre Lungen, stieß sie dann langsam durch den Mund wieder aus. Schließlich hielt sie es nicht mehr aus. Sie schlug die Decke zurück, schwang die Beine aus dem Bett, setzte sich auf. Sie streckte die linke Hand in Richtung Nachtkästchen aus, tastete nach dem Schalter der Lampe, drückte den Knopf. Doch nichts geschah. Irritiert schüttelte sie den Kopf. Als sie vor ein paar Stunden zu Bett gegangen war, hatte die Lampe noch funktioniert. Keine Panik, das ist nur ein Stromausfall, sagte sie sich im Stillen und seufzte. Was bedeutete, dass sie in den Keller musste, um die Sicherung zu überprüfen? Sie zog die Schublade ihres Nachtkästchens auf, tastete nach der Taschenlampe. Merkwürdigerweise konnte sie sie nicht finden. Dabei wusste sie genau, dass sie erst kürzlich die Batterien ausgewechselt, die Lampe dann wieder in der Schublade verstaut hatte. Für genau solche Situationen wie diese. Genervt stöhnte sie und stand auf. Sie war schon im Gang, als sie ein leises Quietschen vernahm, kurz darauf ein blecherndes Scheppern. Zitternd streckte sie die Hand aus, tastete nach dem Schalter auf der rechten Seite neben dem Treppengeländer, doch genau wie im Schlafzimmer ging das Licht auch hier nicht. Wieder ein Scheppern. Sie wollte schon in Panik ausbrechen, als ihr klar wurde, dass es sich bei diesem Geräusch um das Windspiel auf der Terrasse handelte. Wie auf ein Kommando vernahm sie ein leises Fauchen, das von draußen zu kommen schien. Es musste ein ziemlich starker Wind gehen, doch für den Stromausfall konnte der nicht verantwortlich sein. Sie machte sich auf den Weg nach unten, stieg vorsichtig Stufe für Stufe hinab, atmete tief durch, als sie endlich im unteren Flur angekommen war. Langsam tapste sie nach links, tastete sich in der Dunkelheit bis zur Wand vor, dann bis zur Klinke der Kellertür. Sie drückte sie hinunter, versuchte auch hier das Licht anzumachen, ebenfalls umsonst. Gerade als sie die ersten Kellerstufen betreten wollte, bemerkte sie, dass es im Keller noch viel dunkler war als hier oben. Doch wenn sie den Strom jetzt nicht wieder anstellte, wäre bis morgen der Kühlschrank warm, die Lebensmittel im Froster würden antauen. Sie musste jetzt einfach da durch. Langsam zählte sie von drei rückwärts, überlegte nicht mehr länger, als sie bei eins angekommen war, lief einfach los. Mit ihrer rechten Hand das Geländer umklammernd stieg sie die Stufen hinab. Unten angekommen, lief sie schnurstracks geradeaus, bis sie an der Wand gegenüber der Waschküche angekommen war, wo sich der Stromkasten befand. Sie öffnete das Türchen, tastete in der Dunkelheit nach den kleinen hervorstehenden Hebeln, bis sie endlich jene fand, die anstatt nach oben, nach unten zeigten. Sie drückte dagegen, hörte ein leises Knacksen und atmete erleichtert auf. Keine Sekunde später ging das Licht im Keller an. Schnell lief sie die Kellerstufe nach oben, sah sich gründlich in jedem Zimmer des Erdgeschosses um, trank in der Küche einen Schluck Wasser direkt aus dem Hahn und machte sich dann auf den Weg zurück nach oben. Im oberen Stockwerk setzte sie ihren Kontrollrundgang fort und atmete erleichtert auf, als sie ihren kleinen Schatz friedlich unter seiner Beckdecke schlummern sah. Zurück im Schlafzimmer schlüpfte sie sofort unter ihre warme Decke, seufzte leise, schloss die Augen. Sie war beinahe weggedämmert, als sie plötzlich von ihrem eigenen Herzrasen zurück ins Hier und Jetzt katapultiert wurde. Sie schlug die Augen wieder auf, registrierte, dass ihr Mund total trocken war, ihr die Zunge am Gaumen festpappte, sie zudem schweißgebadet war, obwohl sie innerlich froh. Sie schluckte trocken, wollte gerade die Nachttischlampe anschalten, als sie in etwa zwei Metern Entfernung, genau neben der Tür, einen Schatten wahrnahm. Stand da jemand? Sie konnte es beim besten Willen nicht sagen, wusste nicht, ob das, was sie sah, echt war oder nicht. Sie blinzelte, schnappte nach Luft. »Hallo?« Ihre Stimme klang brüchig vor Panik. Nichts. Der Schatten stand einfach nur stocksteif neben der Tür, bewegte sich nicht. »Hallo?« fragte sie erneut und versuchte krampfhaft, ihre Stimme festklingen zu lassen. Plötzlich fühlte sich die Stille der Nacht beinahe schmerzhaft auf ihrer Haut und in ihrem Inneren an. Ihr stockte der Atem, sie fing an zu zittern, auf einmal war es, als sei ihr kompletter Körper von Kopf bis Fuß gelähmt. Sie hätte so gerne das Licht angemacht oder wäre noch viel lieber aus dem Bett gesprungen und an dem Schatten vorbei aus dem Zimmer gerannt, doch sie konnte sich einfach nicht bewegen. Als sie begriff, dass sich der Schatten einen kleinen Schritt auf sie zubewegte, rief sie den Mund auf, um zu schreien, doch auch ihre Stimmbänder ließen sie im Stich. So konnte sie nichts anderes tun, als da zu liegen, dabei auf die Umrisse des Schattens zu starren und zu hoffen. Hoffen, dass ihr Körper endlich aus seiner Schockstarre erwachte. Ergeblich. Als der Schatten sich plötzlich nicht mehr langsam, sondern blitzartig auf sie zubewegte, jetzt direkt neben dem Kopfteil ihres Bettes stand, schloss sie einem Impuls folgend die Augen. »Monster, komm in die Hölle!«, wisperte eine monoton klingende Stimme neben ihr, die ihr einerseits vertraut, andererseits vollkommen fremd vorkam. Danach spürte sie einen Windhauch, wenig später einen scharfen Schmerz oberhalb der Stirn. Sie stöhnte, spürte, wie warmes Blut über ihre Stirn in ihre Augen lief. Dann wieder. Ein Lufthauch, schließlich ein scharfer Schmerz, diesmal konnte sie den Hieb sogar vom Scheitel bis in die Zehenspitzen spüren, das Knirschen ihrer Schädeldecke wahrnehmen. Sie registrierte, dass ihr schwindelig wurde, dann hatte sie das Gefühl, nicht mehr zu liegen, sondern zu schweben, nur um den Bruchteil einer Sekunde später einen so heftigen Schmerz zu spüren, dass ihr bittere Galle in den Rachen floss. Sie hustete, keuchte, schaffte es jedoch nicht, sich aufzusetzen. Sie hätte den Angreifer so gerne gefragt, wieso er dies tat, was sie ihm denn nur um Himmelswillen getan haben könnte, dass er so grausam zu ihr war, doch sie brachte keinen Ton heraus. Es war beinahe, als versage nun auch ihr Gehirn langsam seinen Dienst. Die Gedanken in ihrem Kopf vermischten sich mit Angst und Schmerz, bis schließlich nur noch Qual übrig blieb. Ein leises Seufzen ertönte ganz dicht neben ihr. Dann spürte sie, wie der Schatten sich neben ihr bewegte, sein Atem ihr Ohr kitzelte, ihr der vertraute Geruch nach Zitrusfrüchten und Rosmarin in die Nase stieg. Sie hörte hektische Atemzüge, bemerkte, wie eine warme Hand über ihre linke Wange strich, sich zwei rissige Lippen, hart und grob zugleich, auf ihre Stirn pressten. Jetzt sind wir quitt. Inzwischen hatte sich der Himmel verdüstert und es regnete wie aus Eimern. Früher, eigentlich sogar noch bis vor ein paar Monaten, wäre ihr diese Trostlosigkeit des Wetters aufs Gemüt geschlagen, doch heute macht es ihr nichts mehr aus. Stattdessen saß sie an dem kleinen Esstisch in der Küche, von dem aus sie durchs Fenster bis zum Fjord sehen konnte. Der hintere Teil des Hauses und der Garten waren mehr oder weniger von Bäumen eingezäunt und zeigten in Richtung des angrenzenden Waldes, was wiederum für Kinder ein wahres Paradies darstellte. Hier, an diesem Ort, musste sie sich nicht wie im belebten Trondheim ständig Sorgen machen, dass Juna während des Spielens auf die Straße rannte und von einem Auto erfasst wurde. In dieser Gegend und um das Haus herum war es so friedlich und ruhig, dass sie ihre Tochter jederzeit ohne schlechtes Gewissen nach draußen lassen konnte, damit sie sich austobte.